gut ich habe wieder was gefunden und los geht's ich hoffe ich kann das gut machen ja ich will nicht noch mal auf jagd gehen also sorgt dafür dass denen hier nichts passiert gut mache ich nur keine scheu quält sie so stark ihr könnt die sind echt nur auf wo ist der beste in nennen 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 du kommst hier hoch hier habe ich was vor ja wahnsinnig scharf habe ich die klinge ja sicher also da haben wir doch ja aber so weit vom beug wirst du dich ich hoffe er kann genau dann herr ausspionieren hatte bis dato gemacht was da mangel des ellen herrschers genau deswegen habe ich das gemacht ja auch gelöst kampfberichte wieder unbekannter auch wenn alle ich habe ja eigentlich alles aufgedeckt hat habe ich in der zeit gemacht wo ich leider war sauber nur durch meine buddies ja gibt keine frischen mehr ja dann müssen wir mal gucken so was ist das denn hier hat lasso nee das machen wir jetzt nicht auf keinen fall das ist der typ wegen dem außenposten genau den will ich haben da ja da wollte ich erst mal hin so hat wieso was ich hab doch gar nichts getan muss ich meinem buddy helfen was sieht da noch aus sie haben einen buddy gewohnt nein 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 es ist ein kleister ist ja also geht doch ja Haben wir hier noch irgendeinen, den ich nudeln kann? Nö. Wir können höchstens runtergehen. Und die Sachen holen. Ja. Kommt, irgendeiner muss doch hier sein, den ich... Ah, Moment, 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 Moment. Das müsste doch auch gehen, ne? Jawohl, wollte ich so sagen. So, komm, eine Ratte brauche ich noch. Da laufen sie rum, woanders werden sie getrunken. Ja, so geht das. So, 1100. Kann ich da hinreisen, oder? Ja, könnte ich... Ne, das bringt mir nix. Nö. Gut, ab dafür. Ähm, ich bin die Wachablösung, Kolle. Ja, auf Wiedersehen. Nein. Gut. Ähm... Nein, hast du nicht. Glaube mir, das hast du nie im Leben gehört. Bleib bloß da. Äh, das hast du nicht gesagt. Aha. Die sind überzähmen, sie essen, was ja immer alles wollen. Wolltest du dann nicht kriegen oder können. Und fürs, ja, hier sind die, die habe ich doch gerade, ähm, Dingens gesehen. War ich doch vor mir. Oh, das ist die Doki. Die sind jetzt da, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Guck mal da oben. Und tschüss. Oh, was rotes, lecker. W-w-w-w-w-w-was denn? Meine Güte. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo Pfeile sind. Das ist schon mal wichtig. Ähm, so, gucken wir mal rein, was die Keule kann. Oder besser gesagt auch nicht kann. Oha. 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 Da tut mir ja eigentlich leid um ihn. Warte mal. Immun gegen Hinrichtung. Beschuss sicher. Gut, das ist nicht so tragisch. Aber ich habe nichts über den. So kann ich da nicht reingehen. Jetzt muss man erst mal gucken. Ja, sorry. Ähm, ich, äh. Gut, los geht's. Ähm. Gegen was war der noch mal? Oh, der hat so gut wie gar nichts. Okay, er ist nicht beschusssicher. Also nur beschusssicher. Er zöhnt durch Drachen. Oh, 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 oh. Sekunde. Ein böser Fehler wäre das jetzt gewesen. Ja, Charakter. Weil ich habe nämlich Drachen ausgewählt, ja. Obwohl, der kann erzühnt sein, so viel er will, ne. Interessiert mich ja eigentlich nicht. Nee. Äh, starten wir. Jetzt starte ich durch. So, knack, knack. Guck, es machen müssen. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest. Gut. Äh, äh, schleichen. Schon wieder Vorsprungstötungen. Nein, 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 nein. Oh, Pfeile sind jetzt hier genug. Pfeile sind genug. Sekunde, Freunde. Ah, Entschuldigung. Äh. Pfeile sind hier jetzt genug. Ja, Charakter. So, dass die Buddys direkt auf meiner Seite sind. Wie du hast mich. Wofür brauche ich denn zwei? Ich glaube, der hat sich etwas bewegt. Der und den heute, ich zwei Nigger, ist mir egal. Hier, du, komm. Guck nach. Hier, wo die Hand leuchtet. Aber es ist doch mal. 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 Wir gewöhnen uns besser daran, die Galle. Nee? Nein, nein. Nein. So, noch einer hier. Ah, da kommt der Nächste schon. Na, auch hoffe ich doch. Schleichen getötete Feinde. Ja, du findest eine Erleuchtung. Seine letzte Erleuchtung. Nein, nein. Gehen erst mal hier hoch. Ach, Mist. Moment. Wie viele sind hier? Oh, nein. Ja, bin ich. So. Jetzt kommt die Keule. Ja. Können wir. Moment. Der da oben ist mir. Hier unten sind Pfeile. Und. Wo kommst du? Ach ja, der ist ja beschusssicher. Scheiße, den muss ich anders kriegen. Moment. Wen hast du? Überhaupt keinen hast du. Aua. Hi. 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 Na, so geht doch. Aua. So, wachsen dicke hier mit denen. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. Gefällt dir das? Das kann ich nochmal. Auf Wiedersehen. Ja, 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 ja. So schaut das hier aus. War ja nicht schlecht. Ach, guck mal. Da war schon, äh. Schon genau dort, was ich wollte. Und siehst du wohl. Alles. Tako. Jo. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ist hier noch irgendwas? Ja, das. Wo ist das? Da drüben. Hm. Ja, ja, wer kann, der kann, ne? Also, äh. Ist ja nicht so, dass ich hier, ne? Ja. Ach so. Sehr gut. Ähm, einmal bitte. Wie sind sie? Oh nein. Bleibt ihr mal da, wo ihr seid. Und da ist echt gut. Ja, könnt ihr ruhig machen. Bumsti, bumsti. Bumsti, bumsti. Ja, auch noch. Und du, und du, und du, und du. Nein, nein, nein. Ne, will er nicht. Äh, will er nicht. Aua. Aua, aha, jetzt hab ich mich auch gepasst. Nein, 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 nein. Wir freuen uns doch nicht. Komm mal her, ja. Tschüss. Oh, du bist blau. Ja, hm. Ich würde mich hier am liebsten verpissen, Keule. Ja. Besser ist das. Hm, früh genug. Was ist denn hier überhaupt so? Ach ja, nee, hat er nicht. Was? Der quatscht immer noch und ich tode am Boden. Auch nicht schlecht. Ja. Finde ich doch ganz witzig. Und das ist rot. Ich sehe nichts Rotes. Doch jetzt. Erledigt. Mh. So. Hier bleiben wir mal für zwei Sekunden. Drei, vier. Hm. 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 Das ist das Problem. Ja, jetzt gehen wir da drüben hin und machen die Ecke da frei. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Hier oben könnte ich hin. Von da oben dann runter. Genau. Genau. Yeah, slim SP zeig ich dazu. Eh. Scheiße. Immer diese Wartezeiten. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich hätte schon wieder drei, vier Orks schlachten können. Ach so. Ich sollte mal da unten. Oh, das sind gleich mehrere wieder. Ähm. Ähm. Hält null. Details ansehen. Belohnung null. Wieso ist die Belohnung null? Verstehe ich nicht. Das ist ja schon hervor, indem du seine Orlocks tötest. Oh ja, gut. Hä? Irgendwo stimmt hier nicht. Yo. Jetzt weiß ich auch, warum Belohnung null. Aha. Du warst doch ein 45er oder ein 35er. Weichschädel, Morgai fliegen. Benommen durch Schleichen. Naja, die üblichen Bestienzähmer. Erzöhnt durch Flüche. Schnelle Auffassungsgabe. Ach, sie betäuscht doch. Nein, passt sich rasch und lernt den Taktik-Kontoren. Verwende vielfältige Manövungen. Ja, wirst du wohl machen müssen. Ja, gut, Keule. Dann würde ich sagen, bereite dich drauf vor. Ich bin gleich bei dir. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh. Muss ich da lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Ja. Ich bin der denn. Nein. Alter, das nenne ich mal einen sauber Sprung. Hä? Der war ja wohl mega geil. Guck mal, da oben sitzt schon. Hier sind wieder keine. Doch, da. Ich sehe es. Ähm. Na, 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 na. Kann ich den irgendwie einen Schubs geben? Dass der da runterfällt? Nee, geht nicht. Ach, hier oben ist das schon. Na gut. Lass mal knacken, amigo. Ja. Unduri Back. Keine Ahnung. Äh. Ich bin gleich bei dir, Keule. Aber der gefällt mir. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wieder findest. Oh, yeah. Schleichen getötete Feinde. Ja. Warte mal. Vorsprung. Schon wieder Vorsprung? Holen wir uns den mal an. Ja, 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 ja. Und er bringt mir noch was. So, bring me Jevelts. Ach, du riechst gar nichts. Wo ist der? Der ist tot. Hier kann ich keine kriegen. Warum nicht? Ich will die Vorsprung-Tötung anhaben. Auf jeden Fall. Da oben ist einer. Den holen wir uns. Ja. Oh, ich muss mich sputen. Was war das? Ja, komm, mach, Keule. Ich muss mich sputen. Wir haben nur noch 17 Sekunden. 16, fünfmal einige. Wie lange brauchst du denn? So. Ach, ich doof. Alter, was ist los hier? Scheiße, hier sei natürlich alles richtig schön scheiße gemacht. Hier hin. Ja. Hier noch mehr. Ah ja. Das mach ich. Ich muss das Leuchtfeuer anzeigen. Ich muss das Leuchtfeuer anzeigen. Ich hab' ich hab' erst drei. So. Vier. Und nochmal ruf. Hä? Ach, das ist ja ein Schattenangriff, ich doof. Jawoll. Ich habe da so ein Mist gebaut. Ja, komm, wach. Versuch dich mal gegen einen Uruk, der weiß, wie es läuft. Gut. Ah, ah. So nicht. Fünf Pfeile, wo haben wir denn noch Pfeile? So, wo sind die? Wo sind die Pfeile? Sag mal, wo sind die Pfeile? Die müssen doch hier sein. Ich höre sie doch. Ich höre sie doch. Oh. Ich höre sie doch. wird deine letzte Prüfung. Gut, dann bin ich zufrieden mit dir. Wenn das meine letzte Prüfung ist, dann... Ja. Ich weiß gar nicht. Ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht, den Typen. Nur der ist so... Du kommst mal... Ich bin kein Freikling. Ich hole dich sogar ran, mein Freund. Nein, 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 nein. Das ist halt lustig, aber. So. Die sind wichtig. Ja. Genau. Ich bin außer Weltmeister. Na, sauber der Typ. Rückzug. Ich hätte ganz die ganze Gegend gehört, der jetzt ihm hier. Also gehört ihm. Und ich könnte, ähm... Ja, so einen gebrauchen. Bis zum nächsten Mal. Ah, Mist. Wie, bis zum nächsten Mal. Gut. Dann nehmen wir das auch noch mit. Das ist doch logisch. Na, sauber. Oh, Bella. Nein. Warte. Ich sammle euch nur. Oh, ho, 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 ho. Ich mach dich doch locker nieder. Au, ho, 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 ho. Au, ho, 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 ho. Ja, 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 ja. Nein, nein. Nein, nicht er. Au, ho, 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 ho. Halt, 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 halt. Danke. Seht zu, bitte klarkommst. So, richtig schön. Neckar. Ja. Krieg da richtig aufs Maul hier. So, was hab ich denn hier noch? Da hab ich noch einen. Er greift das Gebiet an. Wo haben wir dich denn? Ah, da. Ich könnte aber vorher noch Pfeile gebrauchen. Bevor ich dann noch... Ja. Hier waren dann noch irgendwo welche. Da. Mhm. Seht zu, wie du klarkommst. Nee, das wird das geil. Der Kind hier riecht dir, ja. Ach, herrlich. Ah, eine Quatsch. Quatsch, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Das ist alles. Ja. Sehr gut. Na gut, die greifen das Gebiet an. Dann kann ich wieder abstauben. Auf jeden Fall. Ist ja richtig prickelnd. Jo, ich weiß noch nicht, welche Seite. Aber mal gucken. 59, giftig, legendär. Oh, du gefällst mir. Das sind deine letzten Worte, du dreckiger Wurm. Na gut. Wo ist der 59er? Da. Ist der beschusssicher? Hab ich mir gedacht. Einfach mal reinballern. Ja, ich weiß, aber... Das ist alles nix. Das ist ja mit dem 31er. Wieso ist der entzürkend? Guck mal her, ja. Entsetzt. Ja, warum nicht? Einfach, weil du da bist. Vollpfosten. Oh. Ja, ist klar. 66. Ja, guck mich gar nix. Ist ja ne Jammerlappen. Naja, gut. Trotzdem bist du in meiner Anliege. So, der hat jetzt eisernen Wille. Nee, das ist. Ich folge deinem Befehl. Ja gut, dann, äh. Los. Tschüss. Habe ich was falsch gemacht? Nein, alles cool. Ah. So, erledigt. Jo, gut. Wer nur verliert, war ja egal. Und ja, hallo. Guck an. Ja. So schaut's aus. 60. Wir sind die Nummer 60. Da könnte ich... Moment, Moment, Moment. Bist du beschussig? Ja. Und der 56er? Nein, der nicht. Geil. Sekunde, guck... Was ist denn der überhaupt jetzt? Wollte ich hier schon ein. Hat nix machen. Und wie gefällt dir das? Halt. Halt. Du bist ein 56er. Und wie, da geht nicht. Ja. Will ich folge jedem Befehl? Ganz süß, der geht doch. Warum nicht gleich so? Also, tschüss. So. Jetzt muss ich erst mal an der sicheren Stelle hier. Sonst kriege ich hier gleich weit vor den Arsch geknallt und ich weiß nicht, woher. Also, Freunde, bis demnächst. Aber es ist es für mich, da geht es nicht. Und ich bin, da geht es nicht. Ja.